Wenn dein Hund hektisch in den Spaziergang startet, solltest du folgendes ausprobieren und ihn dabei sehr aufmerksam beobachten. Nimm ihn in aller Ruhe mit zu alltäglichen Dingen wie zum Beispiel Müll rausbringen oder kurz was aus dem Auto holen. Der Grund dafür, dass dein Hund ausrastet, sobald er sein Halsband anbekommt und die Tür aufgeht, ist wahrscheinlich, dass er damit den Start der Gassirunde und eine hohe Erwartungshaltung verbindet, weil er gleich draußen wieder grenzenlos machen kann, was er möchte. Wenn du anfängst, ihn regelmäßig zu kurzen und bedeutungslosen Ausflügen vor die Tür mitzunehmen, nach denen es direkt wieder rein in die Wohnung geht, kann das helfen, diese Routine und seine Erwartungshaltung abzubauen und du hast langfristig einen orientierteren Hund. Wichtig ist, dass du darauf achtest, den kurzen Ausflug zum Mülleimer wirklich ruhig und nach deinen Vorstellungen zu gestalten und wenn das etwas länger dauert, dann ist das halt so, aber...